Hey Leute, herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Jadon und ich seh dir wieder der EvilFind 2. Es geht weiter. Ja, wir haben das letzte Mal den Gang durchs Feuer überlebt. Zumindest einer von uns. Ah, die gute Yukiko, die ist da leider gelegentlich verbrannt. Ja, guten Tag. So, was ist denn jetzt hier drin? Ja, okay. Das Ding ist halt, ne? Ach, okay, hinter mir ist nix. Das Ding ist halt... Da stecken jetzt Bolzen drin in denen, in den guten hier, ne? Hey du! Hab ich ne Axt? Ne, hab ich nicht. Hey Penner! Okay, der ist wirklich tot. Ich hab halt die Befürchtung, wenn ich die jetzt raus... Okay, es sind nur Rohre, keine Bolzen. Ja! Stirb! Okay, der... der... okay. Ich... ich dachte... Ich... ich wollte halt auf Nummer sicher gehen, ne? Obwohl eigentlich hätte ich hier einfach rausgehen können. Ja, na gut. Ja, war ein verschwendeter Schuss. Verklagt mich halt. Das haben wir denn jetzt hier... Da hab ich an sich nur noch die Tür da, ne? Meine AP sind ziemlich low. Meine Spritzen sind... Drei von sechs, naja. Auch ziemlich low. Eigentlich hätte ich mir ne Kaffeemaschine oder so erhofft. Ja gut, ich könnte mir natürlich Spritzen herstellen bei so einem Spiegel. Wäre vielleicht keine blöde Idee. Okay. What? Jetzt wollte ich... Wir müssen es nicht schaffen. Lieber am besten Mal, als Sie sie retten wollten. Verdammt! Sie kriegen mich nicht klein. So. Ich wollte nämlich grad umdrehen und mir ne Spritze gönnen. Ha! Jawohl, ne, komm. Das dauert zu lang. Das... Das wollte ich mir eigentlich ne Spritze herstellen, aber dann, hey, in den Spiegel reingehen, ne Spritze... Ach, das dauert viel zu lang für ne eine Spritze. Das lohnt sich nicht. Ich geh jetzt hier Rumble-Style einfach drauf. Und wenn ich sterbe, dann sterbe ich halt. Ich werd schon irgendwo ne Spritze finden. Hab ich ein Medi-Bag? Ja, okay. Das habe ich... Das ist gut. Wenigstens... Ich könnte auch hier improvisieren, ne? Achso. Ach, ne, ich... Hä? Das kann ich so auch... Wozu gibt's denn die scheiß Werkbank dann zum Herstellen? Okay. So geht's auch. Hallo, ich... Das sieht doch in dem Postraum aus. Also habe ich... Was... Was... Was habe ich verbrochen? Da liegt was. Gib mir das... Äh, voll. Das wollte ich jetzt eigentlich... Oh! Moin! So weit, so gut. Da liegt das. Gib mir das. Will ich. Dankeschön. Das ist eine Sicherung. Ja gut. Ähm... Der eine ist mal weg. Das ist... Das ist sehr schön. Jetzt haben wir hier noch den Typen. Und da hinten... Äh... Chillt auch noch einer. Holy... Okay, nope. Da war jetzt ein bisschen doofes Timing hier. Okay, der kommt... Okay, der kommt... Was denn? Moin! So, mei... Was? Was machst du denn? Ne... Ja, toll. Vielen Dank. Ja, da ist ja auch noch einer. Was denn da drüben? Sag mal. Und da... Hä? Ja... Kannst du mal ausgehen? Dankeschön. Servus. Tschüss. So, gib mir das. Und das auch. Und das will ich auch haben. Oh! Ja, da will ich aber vielleicht von der anderen Seite ran. Der Gang ist mir zu lang. Das reimt sich. Gibt's hier überhaupt... Wo komm ich hin? Ah, hier. Dreh dich. Dreh dich. Komm. Mach mal andere... Andere Richtung, bitte. Jetzt hau ab! Danke. Ah, jetzt zündel hier nicht rum, du Spinner. Sicher ist sicher. Moin! Läuft der wie am Schnürchen hier gerade? Und jetzt hab ich's natürlich verflucht. Was denn das? Dankeschön. So, hier müsst ihr noch... Ja, da ist er. Da ist der Gutste. Das ist halt die Frage, kommt der Gans hierher oder... Oder... Nee, der... Okay. Was? Bin ich... Bist du bescheuert? Gib mir das. Dankeschön. Ich geh wieder. Tschö. Spieß mich nicht auf. Ha! Oh Gott. So. Jetzt hat er keinen Plan, wo ich bin. Er ist komplett überfordert mit der Situation. Er schwitzt. Er schwitzt. Er hat Angst. Er weiß, er ist mit... Oh, holy shit. Halt's Maul! Was? Wenn man halt treffen würde, ne? Was hat mich denn da jetzt getroffen eigentlich? Sag mal. Dankeschön. Okay. Es sind doch noch mehr am Leben. Hier war aber irgendwas... Hier war ein Hebel. Wo? Ah, hier. So, machen wir einfach mal. Keine Ahnung, was der macht. Aber der wird schon machen, was ich will, oder? Ja, ob du malst. Ja, oder auch nicht. Oder auch nicht. Ja, speichern, zwischenspeichern ist gut. Das finde ich super. So. Ja, dann muss ich ja nur noch hier irgendwie wieder... aus der Tür raus. Ist ja eigentlich so in der Theorie ganz easy, ne? Ja, ich mach mal, ne? Geh mal hier lang. Ja, komm. Tschö. Holy shit! Hi! Tschüss! Shit. Jetzt war ich zu gierig. Okay, okay. Ja, doch. Wir haben hier ein kleines Problem. So, bevor ich jetzt draufgehe... Weißt du, was? Oh. Boom! Ha, 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 noob! Oh, oh. Hm, ja. Na, was los? Was los? Ha? Willst du das wissen? Na ja, kommst du dich... Boom! Was? Wieso lebt ihr denn? Seid ihr bescheuert? Ihr könnt doch nicht beide leben. Ihr Spinner. Gib mir das. Ende jetzt hier. Au! Mann, das muss zwiebeln, ne? So. Ich bin einfach zu blöd. Ah. Rente auf mich. Ich kann mit diesen scheiß Analogsticks einfach nicht spielen. Ah, Mann. Na gut, dann haben wir... Habe ich jetzt wenigstens ihr Munition gespart. Ist ja auch mal was, ne? Die gucken hier ganz böse. Oh, je. Will trotzdem die Muni haben. Dankeschön. Sind ja auch acht Schuss, also... Oh, je. Oh, je. Nee. Nein. Hi. Tschüss. Lass mich in Ruhe, du Penner. Vielleicht sollte ich mir ein Spritzchen... Ach komm, ich gönne mir jetzt einfach mal hier. Oh. Oh, da sind zwei. Ja, der ist doof. Okay, der geht. Ach du Schande. Ach, come on. Okay. Na, weißt du, warte. Ich habe jetzt die Schnauze voll von diesen beschissenen Flammen in diesem beschissenen Kerker. Servus. Na komm her. Na komm. Bring it. Tschüss. Hu, hu. Hu. Au. Ah, das tut mir jetzt leid. Na. Au. Da lebst du noch. Alles klar. Ja, das hat ganz gut geklappt hier. Da muss ich mir mal selber auf die Schulter klopfen. So, einmal nachladen. Dankeschön. Das war ganz nice. Vor allem mit diesem Stickstoffbehälter. War schon geil. Das war schon... Wenn jetzt eh die Luft rein ist, dann kann ich ja mal hier, da liegt nämlich Zeug rum, will ich mal alles haben. Zum Beispiel hier. Also 10 Schießpulver, da kannst du ja nicht einfach dran vorbeigehen. Ich meine ja, ne? Das wäre ja schon ein Verbrechen, hier einfach dran vorbeizuduckern. So. Da oben liegt auch noch was, das weiß ich. Das habe ich ganz genau gesehen. Oder auch nicht. Ja gut. Haben wir da hinten noch was? Nö. Yo, dann gehen wir... Oh ja, das wird sicher komplett problemlos funktionieren. Ja, danke, das hatte ich schon vermutet. Gut. Hörten Sie mir, Aura, wenn ich so ein Trast. Geben Sie mir die Macht des Herrn. Warum will jeder Union kontrollieren? Es ist nicht mal real. Union ist besser als die Realität. Union ist auch obvious. Ihre Geister sind damit verwunden. Union zu kontrollieren heißt, sie zu kontrollieren. Und mit ihnen kontrollieren man die Welt. Wenn Sie denken, ich helfe einem Arschloch wie Ihnen, Arschlöcher wie die zu übernehmen, sind Sie verrückter als gedacht. Aber was, warte, was liegt denn hier? Achso, es ist wieder so ein Knochenhaufen oder Asche oder... Ja, Nägel. So, dann mache ich hier mal aus, ne? Und... Ende. Ja, gut. Äh, irgendwo habe ich gerade noch irgendeine Zombie-Fiecher gehört. Eventuell hinter mir, eventuell vor mir. Speichern. Hier ist... Liegt wo... Ja. Ist das ein Safe-Raum? Aufmachen. Na so safe sieht der Raum jetzt nicht, das Nägel. Was zu lesen. Theodas Manuskript 2. Wenn ich zum Kern geworden bin und diese neue Welt in meine Vorstellung errichtet habe, wird die Realität schnell folgen. Mobius hat bereits in allen Bereichen der Gesellschaft Fuß gefasst. Und sie waren dumm genug, sich selbst eine tickende Zeitbombe ins Gehirn zu pflanzen. Sie sehen sich als Wölfe und den Rest als Schafe. Aber ich bin der Hüter und warte nur darauf, die Wölfe zu erlegen, wenn sie nicht aufpassen. Sobald Union in meine Hände fällt, sind die Tage von Mobius gezählt. Jo. Eine Info brauche ich noch. Ja, nice. Dann habe ich 40 von 40. Bin ja voll krass drauf heute. So. Spritzchen. Schießpulverchen. Sind Spie... Wow. Sind Spiegel? Ja. Guck an. Waffenteil... Oh, holy shit. So viele Waffenteile. Jesus Christ. Ja gut, dann mache ich mal. So. Da bin ich. Ähm. Hier will ich hin. Waffenverbesserung. Da habe ich schon voll ausgeskillert. Ne, das wollte ich jetzt nicht. Äh, hier. Äh, warte. Äh, da könnte ich... Für 960 auf 130... Äh. Ne. Ich könnte aber auch hier von 100 auf 160 auf 200. Dann machen wir mal hier rein. Das Ding könnte ich eigentlich auf die Explosivpols herkommen. Für Bosse mega nice eigentlich. Zwei. Bist du bezoffen? Auf 200 Schaden allerdings. Das wäre schon... Wäre schon krass. Da brauchst du ja auch nochmal eins. Holy shit. Ja, komm. Dankeschön. Ich habe aber nur noch... Achso, ich habe so eins. Das hat eins gekriegt. Ja, komm. Lassen wir mal... Äh, hier könnte ich noch rein... Bö... Ja. Ne. So, dankeschön. Wie viel war das jetzt von... Ja, ganz nett. So. Dann mal hier hin. Mit dem 16.000 Geld ist ja auch schon eine Hausnummer. Na, da kann man schon. Ich glaube, einen Schlüssel habe ich auch gefunden, oder? Komm, Alter, halt das Maul. Hallo. Spiel. Lass mich... Dankeschön. So, den nehme ich... Den nehme ich mit. Dankeschön. Ah... Ja, komm, dass wir mal die Reihe mal durch haben hier, ne? Wow. Nice. Die benutze ich ja so oft. Die sind halt echt nicht schlechte Dinger, ne? Ah, verdammt. Jetzt habe ich das Skill verkehrt. So. Ja, ich bin schon wieder da. Klappe... Wow. Zu nah, Lady. Zu nah. Aber von welchen Diensten reden wir hier? Ah. Ja. Dachte ich mir. So. Ey, Alter, halt die Frage. So, hier. Das kostet 12.000. Das ist schon... Das ist schon krass. Könnte man... Könnte man halt schon rein investieren, ne? Aber so viel habe ich jetzt gerade nicht am Start. Das wäre eigentlich das Geiste, aber das kostet 75.000. Das ist so übertrieben einfach. Äh, zweite Chance. Automatisch. Das ist eigentlich geil. Komm, machen wir mal. Oh, und jetzt gehen wir wieder. Tschö. Ich bin immer weg. So. Ja. Ja, gespeichert hat er eh automatisch. Dann gehe ich mal raus. Gut, äh, weiter hoch. Weiter hoch. Ich meine, ich habe jetzt zwar irgendwie die Befürchtung, dass jetzt gleich wieder ein Boss auslädt. Was ist denn da oben? Was? Easy. Oh, come on. Du hast ja auch nie deine Ruhe, ne? Ey, komm mal her. Kollege. Servus. Gute Nacht. So, gib mir dein Zeug. Weine nicht. Warte. Da ist ein Hebel. Den sehe ich schon, aber ich will auch noch... Was ist denn hier? Ist das wieder ein Safe? Das wäre doch bescheuert, wenn... Wow. Den hole ich mir. Den dicken. Mann ist der dick, Mann. Boom. Copyright's Track. So, geben wir das... Ich meine, das könnte ich jetzt natürlich aufmachen. Könnte ich. Ich könnte aber auch... Hi. Tschö. Ja, ich... Die Tür wäre... Ach, come on. Okay, wenn ich jetzt ganz leise und unerfällig bin, finden sie mich eventuell nicht. Servus. Was? Was? Wow. Was war denn das jetzt, bitte? Wo ist er denn? Ah, da ist er. Tja. Das ist auch irgendwie... Der ist da einfach mal krass durch die Wand. Se... Was? Alter. Die Steuerung in dem Spiel hier manchmal. Ja, nee. Ach, come on. Ich hab die Schnauze voll von dir. Komm her jetzt hier. Oder wir machen es einfach so. Ach, come on. Schnauze. So. Ende jetzt. Meine Güte. Wo ist denn jetzt? Ich... Was? Wo ist denn jetzt der andere? Die Leiche. Den wollte ich irgendwie... Ach, come on. Beschwiss. So, was haben wir hier? Ein Äxtelein. Nur für mich. Dankeschön. Oh, Tasche verbessert. Pistolen, Muni. Dankeschön. Ganz schnell fix durch hier. So. Ja, das bringt mir das jetzt hier. Eigentlich so. Hier, ja. Oh ja, toll. Shotgun, Muni, liegt da halt rum. Und ich darf es wieder mal liegen lassen, weil ich zu viel mithab. Wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich auf der anderen... Ja, mh. Oh, hier kann ich... Hey, machen wir mal so. Und... Hopp. Oh, no. Oh, please, no. Hey, du. Ah, schade. Das wäre wohl zu einfach gewesen. Komm, ich brauche... Ich brauche Pistolen, Muni hier. Ich brauche Pistolen, Muni, Sion. Da knalle ich mir direkt mal 13. Dürfen. Ach, das kostet... Shit, das kostet mehr, wenn ich nicht unter... Deswegen gibt es die Werbung. Na gut, das ist kaum. Ich habe eh so viel Schießpulver. Das ist wurscht. Und zurückgehen hätte ich jetzt eh nicht können, weil die Tür zu ist. So, Sesam, öffne dich. Oh, no. Wenn du jetzt anfängst zu brennen, dann brennst du bei mir auch gleich, sag mal hier. Servus. Meins. Kommt der noch zurück gerade, oder? Oh, Schießpulver. Dankeschön. So, irgendwas hat... Oh. Jo. Das hat er gecheckt. Das hat er... Das hat er gecheckt. Da liegt was drinnen. Das will ich haben. Ah, nee. Hör auf zu brennen, du Bastard. Bitte. Ah, come on. Ah, Jesus Christ. Ich habe doch gedrückt hier. Beschiss. Putt, putt, putt. Na, komm. Ja, was? Wie siehst du mich? Bist du bescheuert? Geh mit... Ah, bin ich voll. Mist. Weißt du, wat? Das ist er. Ah, Jesus Christ. Das ist doch beschiss hier. Jetzt lass mich doch mal ran an den Typen. Das ist doch übelst, dass er sich immer genau in dem Moment umdreht. Was soll denn die Scheiße hier? Kannst du mal herkommen hier ein Stück? Ja, natürlich nicht, bis er wieder brennt, ne? Ja, jetzt brennt er wieder, das ist klar. Jetzt kann ich ihn nicht angreifen, bis er nicht mehr brennt. Das ist so bescheuert. Der kann... Oder kann ich? Moin! Und jetzt hau endlich... Halt die Fresse jetzt hier. So. Meine Herren. Echt mal. Wo ist der dritte? Hier war noch einer. Ich weiß es ganz genau. Da unten unter Umständen. Nö. Hä? Bin ich... Ist der ganz zurück? Möglich. Na dann. Muss er ja nicht hören, ne? Oh, Jesus, no. Der ist einfach durchgegangen. Dort ist er. Na jetzt komm mal her. Servus! Voll ins Maul. So. Her damit. Ja, optimal. Jetzt muss ich nur noch da vorne an dem Dingens drehen. Dann ist er auch offen. Hier ist es. So. Und eins. Und die zwei. Und dann noch die drei. Optimal. So. Wo zum... Bin ich jetzt? Hallo? Ich mag den Raum nicht. Was ist da weiter hin? Ach so. Gar nichts. Gut. Hier ist nichts. Dann muss ich wohl. Ja komm. Zieh mal dran. Huuuah. Ah, come on. Oh, please. Oh, je... Äh. Moin. No. Uah, oh. Das ist jetzt eine leicht beschissene Situation, Leute. Ich bin mir nicht sicher, wie ich da jetzt wieder rauskomme. Vermutlich gar nicht. Nö. So, jetzt komm mal her, du hässliches Mistvieh. Ich blase dir die Rübe weg. Was ist los, hä? Was ist los? Boom. Was? Da ist noch was. Oh, Jesus Christ. Au. Nein. Das sind... Ich kann hier nicht... Ich kann nicht draus. Ich kann nicht... Oh, Jesus Christ. Halt, stopp. Ähm, ein Erste-Hilfe-Kopf... Ja, vielleicht reicht auch... Vielleicht reicht das hier. Die wissen noch, wo ich... Die wissen ganz genau, wo ich bin. Vielleicht, äh, wer hier... Das hier ganz angebracht. Nope. Der hat mich... Aua. Jetzt lass die Scheiße, Mann. Schnauze. Au. Der lebt ja noch. Jesus. Lad nach, lad nach, lad nach. Das waren... Frostschock-Bolzen. Au. Shit. Hey, es ist offen. Geil. Dann knall ich mir noch ein Spritzchen. Ins Tütchen. Alter. Schnauze. Au. Shit. Vielleicht sollte ich einfach hochrennen, ne? Das wär... Schnauze jetzt hier! Alter, du lebst! Wieso lebst? Ne, du bist tot. So. Hätten wir das auch besprochen. Meine Fresse, Alter. Das war jetzt echt wieder ungut hier. Das hat mich so viel Ressourcen gekostet gerade. Jesus Christ. Ich hätte halt einfach hochrennen sollen, glaube ich. Will ich eine Sprit... Ach komm, erst mal nicht. Alles nachladen hier. So. Meine Güte, ey. So, hier liegt noch was. Das hätte ich ganz gerne. Ein Schock-Bolzen. Ja toll. Ah, da liegt auch Schießpulver vermutlich. Alter, das ist ja... Ich verbrauche hier gerade so viel Heilung wie im ganzen Spiel bisher noch nicht. Das ist ja schrecklich. Was denn jetzt schon wieder, ha? Und was, wenn ich es nicht mache? Ihr Entschlossenheit hilft Ihnen nicht. Wir werden vorgekriegen. Das können Sie sich abschminken, mein Freund. Okay, Leute. Ich würde aber sagen, der Part ist jetzt mal vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen hoch und einen Kommentar da. Würde mich wirklich sehr freuen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.